Hohen Leute, willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Als erstes will ich mich bei euch für die 1360 Abonnenten bedanken. Bald sind wir schon bei den 1400, aber jetzt nicht lange schwätzen. Wir werden nämlich heute ein sogenanntes Workout, nicht groß, aber ganz, ganz kurz machen. Wir werden mit dem Aufzug, wir sind gerade ganz unten, genau, wir werden mit dem Aufzug jetzt hier vom Kellergeschoss in die 3 fahren und dann von der 3 ganz runterlaufen. Ich zeige euch auch, wie lange es dauert, bis wir oben sind, weil das ist an der Tür zu sehen. Jetzt sind wir ganz oben. Außer da geht es noch weiter hoch, aber da ist nur die Mieterin, da dürfen wir nicht rein. Wir sind jetzt ganz oben und ich zeige euch, wie es lang dauert, bis wir unten sind. So Leute, jetzt sind wir auch schon ganz unten. Das war es schon mit unserem Video. Bis bald. Ciao Leute.